Und weiter im Geschehen... Uah. Halt. Uah. Geil. Ja, natürlich. War so klar. Baaah. Ach du Sch... Nein! Fuck! Nein. Nein, du verhurte Drecksau. Fick. Uah! Warum hab ich keinen Safe gemacht? Was soll denn die Scheiße? Ach, fick dich. Du dummer Rattenjunge. Scheiße. Jetzt bin ich schlecht drauf. Toll. Was eine Kacke. Oh Mann! Dieser kackverfickte Fuck-Hack. Echt kein Bock mehr auf die Scheiße. Bin froh, wenn der Müll rum ist. Leck mich, ich geh weiter. Ja, mach also. Oh, jetzt hab ich aber Angst. Wegen ner Feuerblume. Die ganze Kacke. Wegen ner Feuerblume. Die mir ja auch so viel bringt. Echt, Leute. Wegen solchen Aktionen... ...sterben, Leute. Durch Amokläufer. Ehrlich. Wegen so ner Scheiße. Watten Dreck. Ja. So, und wisst ihr, was ich jetzt drücke? F2. Ha! Ah! Ah! Das... Natürlich! Deine Mutter. Kurz woanders. Du auch. So, tschüss. Scharf. Oh! Ich belohne mich jetzt mit einer Reiswaffe. Mit einer Schokoreiswaffe. Reiswaffe. Hm. Hm. Hat doch. Na, es muss jetzt noch ein Level kommen, oder? Ja. Alter. Na. Slugsy Deluxe. Haha. Safe und vergessen. Hahaha. Hahaha. Hast du nen Schaden? Irres Kind. Bastard. Oh, oh, oh. Ganz trinken, Pilz. Unendlich wichtig. Ähm. Okay. Na. Geil. Habt ihr euch das so gedacht? Anscheinend. Was? 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 Na. Oh, ihr Pimmel. Ehrlich. Nein. Kacke. Ach so. Ach so. Ich bin ja blöd. So. Oh. Das ist, wenn du keine Zeit hast. Das ist, wenn dir der Arsch die Hölle hier heiß gemacht wird. Nett war jetzt. Warte, 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 warte. Das ist nochmal anders. Gut. Oh, du Ratte. Na. Ich hätte es wissen müssen. So. Mach. Oh. Fuck you. Hm. Warten. Käse. Oh. Ich hab. Ich kann es nicht mal sehen. Oh. Alter. Toll. Ich hab mich versafestated. Oh. Das ist nicht mein Tag. Das ist nicht mein Video. Das ist. Nee. Warte. 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 Ich werd verarscht. So. Geht doch. Ahahaha. Ja. 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 Wie soll ich da hinkommen? Jens. Moment. Ich hab nur noch 29 Sekunden. Leute, wie geht der Level? Mal ganz im Ernst, wie geht der Level? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich richtig verarscht. Aber richtig. Wie soll die Scheiße funktionieren? Kann mir das mal einer verraten? So eine Scheiße. Nee. Sieht aber nach einem geheimen Weg aus. Gib mir die Feder. Geil. Hm. Du verdammter Bastard. Spring doch. Hab keine Geduld mehr. Nach dem Parten mach ich auf jeden Fall Schluss für heute. Sonst... ...dreh ich noch durch. Ja. Hast du gedacht, hä? Speichern. So, wenigstens bin ich groß und hab ne Feder. Ich glaub, damit könnte ich den Level schaffen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Euer gestresster Slagsy. Booty. ... Ja. ل